Ein Mann hat eine Zigarette auf einen Baumstamm fallen lassen und jetzt brennt das Sägewerk. Alarm wird aufgelöst. Oh oh, los, los, alle raus, da! Hä, was ist denn da los? Der Kran kommt. Wusstest du das schon? Sind sie okay? Ist alles gut. Vorjahr war ansatz beendet, alle gerettet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.